Happy Birthday! Kameraton ab! Läuft! Zehn Jahre FS1, die erste. Klapp! Grüß euch, liebe Freunde von FS1. Ich bin's, der Günther aus Tirol. Seit ich in Pension bin, steckt mein Kopf voller Ideen und Flausen. Und damit vielleicht irgendwann einmal was Konkretes draus wird, habe ich vor ungefähr drei Jahren, oder vielleicht ist es schon vier Jahre her, die Zeit vergeht ja so rasend schnell, meinen ersten Workshop bei FS1 besucht. Spannend war's. Und ich war ganz schön überfordert. Vor allem beim Videoschnitt. Inzwischen ist Corona auftaucht. Und alle meine Fantasien sind irgendwie stecken geblieben. Aber jetzt kommt's früher ja. Und die alten Ideen tauchen schon langsam wieder auf. Vielleicht wird demnächst doch noch was draus. Ich gratuliere allen, die das Werkel FS1 so fantastisch am Laufen halten. Und allen, die so großartige Projekte liefern zum zehnjährigen Jubiläum. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viele, viele weitere interessante Projekte. Viertereich und liebe Grüße aus Tirol von Günther. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.